Hallihallo! Im letzten Video haben wir gezeigt, wie wir ein Rechteck vergrößern und verkleinern können. In diesem Video werden wir uns die Größenveränderungen einer Figur noch genauer unter die Lupe nehmen. Dafür werden wir uns diesmal ein Dreieck hernehmen und ganz genau auf die Seitenverhältnisse und die Winkel achten. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich vorbereitet. Ordne jene Dreiecke einander zu, die einander ähnlich sind. Drücke dafür beim Video auf Pause und setze das Video fort, wenn du es geschafft hast. So, also ich gehe mal davon aus, dass du die Aufgabe perfekt gelöst hast. Also sehen wir es uns an. Dreieck A ist ähnlich zu Dreieck D, Dreieck B ist ähnlich zu Dreieck F, Dreieck E ist ähnlich natürlich zu Dreieck C und damit haben wir es geschafft. Aber warum ist das eigentlich so? Das schauen wir uns jetzt gleich noch genauer an. Also, wir haben Dreieck A ist ähnlich zu Dreieck D. Du siehst, wir haben die beiden Dreiecke so gedreht, dass wir sehr gut erkennen können, dass die beiden Dreiecke wirklich einander ähnlich sind. Und wir haben Dreieck B ist ähnlich zu Dreieck F. Auch hier haben wir wieder Dreieck B und Dreieck F so gedreht, dass wir sehr schön erkennen können. Und Dreieck C ist ähnlich zu Dreieck E. Du erkennst, vielleicht hast du das schon sehr gut erkannt, dass die Ähnlichkeit man sehr schön an den Winkeln ablesen kann. Aber halten wir mal folgendes fest, nämlich das Symbol für Ähnlichkeit ist eine Welle. So, schauen wir uns das nochmal genauer an. Wir haben ein kleines Dreieck und wir haben ein großes Dreieck. Sind sich die beiden Dreiecke ähnlich? Ja, genau. Und woran erkennen wir das? Richtig, wir müssen auf die Winkel schauen und dann erkennen wir das. Es sind nämlich genau dieselben Winkel bei beiden Dreiecken. Moment mal. Will ich jetzt etwas sagen, dass wir einfach nur auf die Winkel schauen müssen? Und beide Dreiecke sind genau dann ähnlich, wenn die Winkel gleich sind? Ja, that's it! Es gibt in der Mathematik sogar einen berühmten Satz, nämlich den Ähnlichkeitssatz, der genau das sagt. Er sagt, Dreiecke sind einander dann ähnlich, wenn sie in zwei Winkelmaßen übereinstimmen. Also, wenn wir uns anschauen, Alpha, 34 Grad, ist gleich Alpha Strich, wieder 34 Grad. Beta, ein rechter Winkel, ist dasselbe wie Beta Strich, auch ein rechter Winkel. Und Gamma, 56 Grad, ist genau dasselbe wie Gamma Strich, 56 Grad. Übrigens, wenn zwei Winkel übereinstimmen, dann ist der dritte Winkel immer auch eine Übereinstimmung. Das liegt übrigens daran, dass im Winkel, dass in einem Dreieck, meine ich, alle drei Winkel zusammen 180 Grad ergeben. Okay. Okay, schauen wir uns dazu noch ein Beispiel an. Wir haben hier wieder das Dreieck C und das Dreieck E und wir wissen, beide Dreiecke sind zueinander ähnlich. Wir wollen uns den fehlenden Winkel bei beiden Dreiecken ausrechnen, um zu sehen, ob wirklich alle drei Winkel gleich sind. Und dazu benutzen wir die Winkelsumme im Dreieck. Wir wissen nämlich, dass in einem Dreieck die drei Winkel zusammen immer 180 Grad ergeben. Also Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Schauen wir uns dazu das Dreieck E an. Wir wissen, Alpha ist 45 Grad, Beta wissen wir nicht und Gamma ist 105 Grad. Ergibt zusammen, muss zusammen 180 Grad ergeben. Um jetzt herauszufinden, wie groß Beta ist, ziehen wir von 180 Grad einfach die 45 Grad und die 105 Grad ab. Also erhalten wir 180 Grad minus 150 Grad. Und das sind 30 Grad. Also ist Beta 30 Grad. Checko. Und so funktioniert das. Schauen wir uns jetzt noch die Verhältnisse der Seiten an. Also die Proportionen. Bereits im Intro haben wir eine Figur um einen bestimmten Faktor vergrößert und dabei auf die Beibehaltung der Proportionen geachtet. So wie hier. Wir haben das kleine Dreieck genommen und verdoppelt. Wenn wir also die Seitenlänge A mit dem Faktor 2 multiplizieren, erhalten wir eine doppelt so lange Seite und diese neue Seite nennen wir A'. Damit wir jetzt die Seitenverhältnisse, also die Proportionen beim Vergrößern beibehalten, müssen wir dasselbe wieder mit den anderen beiden Seiten machen. Also B und C mit dem Faktor 2 multiplizieren. Das machen wir auch. Wir multiplizieren B mit dem Faktor mal 2, erhalten wieder das Doppelte der Seite B. Sorry für den kleinen Zwischenton gerade. Erhalten B' und wir verdoppeln die Seite C und erhalten die neue Seite C' vom neuen Dreieck. So. Und jetzt gibt es wieder einen super Satz der Mathematik zu den Seitenverhältnissen. Und zwar, Dreiecke sind einander ähnlich, wenn sie in den Verhältnissen entsprechender Seiten übereinstimmen. Huh, das klingt kompliziert. Was heißt das? Also, wir haben hier A zu A' ist B zu B' gleich C zu C'. Was heißt das? Also, wir schauen uns die Seite A an und wir schauen uns die Seite A' an. Und wir sehen, die Seite A' ist das Doppelte von der Seite A. Das heißt, das Verhältnis von A zu A' ist wie 1 zu 2, weil A' ist das Doppelte von A. Und dieses Verhältnis, also das Verhältnis der neuen Seite, die wir vergrößert haben, zur alten Originalseite, muss dasselbe Verhältnis sein wie auch von den anderen neuen Seiten zu den alten Seiten. Also schauen wir uns B' an. B' ist auch das Doppelte von seiner alten Seite B. Und C' C' ist auch das Doppelte von C. Das haben wir ja gerade gemacht. C' mal 2 ist C'. Und damit haben wir gezeigt, dass zwei Dreiecke einander ähnlich sind, wenn sie in den Verhältnissen der entsprechenden Seiten übereinstimmen. Okay, schauen wir uns das mit den Seitenverhältnissen nochmal an einem Beispiel an. Hier haben wir wieder das Dreieck C und das Dreieck E und wir wissen, beide sind zueinander ähnlich. Schauen wir uns die Seite A an. Die Seite A habe ich jetzt so verlängert, dass sie genau der Länge der Seite A' entspricht. Und die Frage ist, was für ein Streckungsfaktor liegt hier eigentlich vor? Welches Verhältnis haben die Seite A und A' zueinander? Ich habe A und A' abgemessen. A hat die Länge 4 und A' hat die Länge 7. Das heißt, wir haben ein Seitenverhältnis A zu A' ist gleich 4 zu 7. Und jetzt wollen wir uns fragen, wie oft passt eigentlich A in A' hinein? Das heißt, was wir machen wollen ist, wir wollen den Streckungsfaktor berechnen. Also mit was muss ich 4 multiplizieren, um auf 7 zu kommen? Und das bekommen wir, indem wir einfach 7 durch 4 dividieren. Also wie oft geht 4 in 7? Die Antwort ist 1,75 mal. Also wenn wir 4 mal 1,75 multiplizieren, erhalten wir 7. Nämlich die Länge A'. So, Frage an euch. Mit welchem Streckungsfaktor muss ich B multiplizieren, um die Seite B' zu erhalten? Und? Wisst ihr es? Genau! Mit dem selben Faktor. Wieder mit 1,75. So wie vorhin auch. Wir haben 3 mal mit dem selben Streckungsfaktor multipliziert. Hier müssen wir das auch so machen. Schauen wir uns das an. Also, ich habe hier die Seite B genommen und wieder mit dem selben Streckungsfaktor multipliziert. Und ich erhalte wieder die richtige Länge der neuen Länge B' des Dreiecks E. Und dasselbe mache ich nochmal mit C. Wieder mit 1,75 multiplizieren. Und schauen wir, ob das klappt. Ja, und wir erhalten die Seite C' vom neuen Dreiecke. Und so funktioniert das. Okay, was haben wir gelernt? Ähnliche Figuren erkenne ich an gleich großen Winkeln. Das Symbol für die Ähnlichkeit ist die Welle. Und ähnliche Figuren haben dieselben Seitenverhältnisse. Yay! Wieder was gelernt? Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!